Heute haben wir nun ein kurzes, aber ganz wichtiges Thema. Und zwar vor allen Dingen für Klapphelmfahrer, für diejenigen, die es werden wollen oder alle Motorradfahrer, die gut informiert sein wollen. Nämlich, es geht um die PJ-Homologation. Was hat es damit auf sich? Für wen ist das wichtig? Und was darf ich ohne PJ-Homologation mit meinem Klapphelm vor allen Dingen nicht machen? Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du noch nicht zu unserer Community gehörst, dann lass gerne mal ein kostenloses Abo da. Würde mich richtig drüber freuen und wir steigen auch direkt ins Thema ein. Nämlich, PJ-Homologation für Klapphelme und Modularhelme. Das sind im Übrigen diese Dinger. Da klappt das ganze Kindteil eben nicht nur wie bei einem herkömmlichen Klapphelm bis nach oben, sondern komplett bis in den Nacken. Die PJ-Homologation hat jetzt grundsätzlich erstmal die Aufgabe, das hier zu verhindern. Denn der Gesetzgeber sieht hier ein Problem, dass während der Fahrt das Kindteil runterklappen könnte. Man kann sich erschrecken oder was auch immer. Ist auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko und das sehe ich auch ganz genauso. Das P in der PJ-Homologation ist das Mindestmaß. Das steht nämlich für Protective. Also für die Homologation, die Zulassung für den Straßenverkehr im geschlossenen Zustand. Also so dürft ihr dann mit eurem Klapphelm fahren. P ist dementsprechend auch das Mindestmaß. J steht jetzt für Jet und wäre die Zulassung quasi in dieser Form, also mit aufgeklapptem Kindteil. Und deswegen ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr bei der Auswahl eures Klapphelms darauf achtet, diese PJ-Homologation zu haben, die am Ende des Tages das verhindert. Es geht dabei also um einen Mechanismus, dass das unbeabsichtete Runterklappen verhindert. Das ist zum Beispiel beim Shoei Neotec, kann ich jetzt nicht nur so hochklappen, sondern ich kann das Ganze auch einrasten und jetzt ist das arretiert. Ich kann also machen, was ich will, das klappt so nicht runter. Ich muss da wirklich zack anpacken und dann klappt es auch wieder runter. Das kann aber auch anders gelöst werden. Zum Beispiel Schubert macht das hier beim C5 noch ein bisschen anders. Da kann ich eben nicht weiter hochklappen, sondern da habe ich einen Hebel. Da kann ich also hoch machen und dann kann da auch nichts runterklappen. Ich weiß gar nicht, ob das so runterklappen würde. Ja, doch, auch der C5 klappt so runter. Und um das zu verhindern, eben entweder hier einen Hebel oder die andere Arretierung. Und nur mit dieser PJ-Homologation ist es mir gestattet, im Straßenverkehr mit dem Helm aufgeklappt herumzufahren. Sonst dürft ihr das nur aufklappen zum Aufsetzen oder zum Beispiel an der Tanke. Da gibt es dann andere Regelungen. Aber während der Fahrt dürftet ihr eben theoretisch nicht aufklappen. Sonst kann es zum Beispiel im Falle eines Unfalls, dass ihr zum Beispiel das Schmerzensgeld nicht bekommt. Das ist natürlich sehr konstruiert, wäre aber theoretisch denkbar. Fakt ist, man darf es halt nicht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Damit kann man abschließend sagen, wer seinen Klapphelm im Straßenverkehr aufgeklappt, legal fahren können will, der braucht zwangsläufig einen Helm mit PJ-Homologation. Ja, da solltet ihr auf jeden Fall bei der Auswahl eures nächsten Helms darauf achten. Und das ist eben nicht nur der rechtliche Aspekt, sondern vor allen Dingen ist das natürlich auch ein Sicherheitspunkt für euch, was das Allerwichtigste ist. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein Video anschauen, nämlich unsere Top 5 der Klapphelme. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.